und damit herzlich willkommen zurück und homyleft mein schlafsack ich habe hier mal kurz feierabend gemacht und jetzt muss ich den mal setzen ich habe hier was weggemacht ok es tut mir leid ich habe die mühle kaputt gemacht so ich habe eine quest wo ich mit einer pistole was abschießen soll ich bin tierig weil ich nicht so viel munition habe ich brauche 25 kids mit der pistole okay es könnte ein bisschen dauern und ich hätte gerne aber noch den pack muli den brauche ich unbedingt ja den packen wo die bauschen und für den zweiten der brauche ich den streng ok den streng wo war der streng hier war so viel da ist dann kaufe ich mir den noch einmal und noch einmal muli genau so dann haben wir jetzt schon wieder mal genug ausgegeben der rest könnte ich vielleicht noch ein sex rex machen und sex rex ist auch immer gern gesehen so jetzt haben wir mal ein bisschen live gepusht schmutz und ich wollte noch mal gucken hier in diese richtung was es da so gibt richtung ist ein bisschen zur weifen zwischendurch wird ein bisschen hiervon mitgenommen natürlich auch eier und speck gern gesehen aber ich will einfach mal gucken aloe vera auch gut lecker mal gucken ob es da noch immer sein häuser gibt ein haus ein schönes dass ich vielleicht den siebner tag über lebe also nächtlicherseits ausdauer ist natürlich immer echt gefragt bei dem bei dem ganzen melee stamina verbrauch stay down das können wir noch irgendwas hier so gab sie noch was cardio ok cardio kathletik ich merke schon viel leichter viel schneller geht es glaube ich zumindest ich weiß nicht ob ich so viele federn braucht ich will setz erstmal mit ein paar von den feinen könnte ich ja noch gebrauchen wenn ich den einen oder an den oder vorne kommt eine stadt das wäre gut da eine stadt wenn die noch im grünen ist im grünen bereich ich würde mich freuen dann hätten wir auf jeden fall dann hätten wir auf jeden fall die tendenz zu überleben so den einmal zweimal okay jetzt gucken wir mal jetzt haben wir zwei getötet mit 35 schuss munition das wird schwierig das wird schwierig ich guck mal die quest muss aber auch irgendwie dran erledigt werden und so da hinten auch häuser sind schwierig zu sehen auf der straße war ich noch gar nicht ich brauche was motorisiert ist auf jeden fall das wird meine ambition für das nächste mal ich will mal gucken ecobike minibike dazu brauche ich eine workbench ja tungsten bike da gibt es aber noch bicycles da das wäre die idee da ja ist ja gut erschreckt mich nicht so jetzt ist die frage wie so oft die war irgendwo hier nee wann war das haben muss weg die war irgendwo ah ja gut fordsch und so mist wo war die noch mal so ein iron tool rezept machen und sowas das kommt auch noch dazu okay ich glaube ich werde mich es sind noch einige dazu da ist das tungsten kram karlow war denn das was man nicht im kopf hat ah hier da brauche ich intellekt 4 okay okay dann sparen wir mal auf intellekt 4 und dann können wir uns auf jeden fall intellekt influenza und die gris hier dem monkey ja jetzt geht es gleich los mit dem fahrrad bald ja aber ich freue mich vielleicht steht ja doch noch mal irgendwo eins rum ich weiß nicht toll jetzt regnet es zwei jämmerliche tode gestorben einmal vom mühlen dach gefallen in die arme der zombies und einmal einschlag so warte ja so kann man es machen also zwei dreimal runterknüppeln noch ein präventionsschlag so und jetzt einmal schießen ja das ist gut so spart man munition du auch ne du auch ne du willst auch wenn ich treffe ja wenn ich treffe ich muss unbedingt bisschen munition noch besorgen vielleicht ist dahinten vielleicht habe ich glück ja so ist aber ist schon ganz okay soweit das funktioniert schon ganz gut glaubst du kommt man zurecht sie kommt zurecht sie kommt zurecht oh hier ist er hier ist gerangel ich lasse sie jetzt erstmal stehen hier links liegen rechts ist auch liegen gelassen kann man machen oder oh es sind viele hier ne was ist das hier okay was ist das hier ich hab da gerade eine ganz starke befürchtung dass ich da ran muss ich hab ich hab eine tasche gefunden oh honig lecker ok also wir kümmern uns erstmal da hinten um das Gesocks Brüder und Schwestern ja ist ja lecker ok den haben wir der zählt mit sieben noch den werden wir nicht so runter kriegen glaube ich der steckt nämlich nichts mehr ein der ist Grütze der Kerl der hat sich vor meinen Augen selbst erhängt glaube ich ja ja ist ja gut was ist mit meinem Stock der ist kaputt mein Stock ist kaputt der macht alle kopflos jetzt 8 Schuss noch das wird schwierig 8 Schuss für 7 Millionen Geräte Wood Frames Wood Frames Doppel Lücke geht nicht Kopfklotz an die Sache rangegangen ok also ja dann nehmen wir doch mal diesen Abstand und aha ich kann mir feuchte durch kann ich nicht öffnen also muss ich erst aufschlagen not bad oh mega weit weg scheiße so sehe ich den noch nicht mal oh ähm lassen sie das Mister das ist meine Kiste nein du nicht lass das ich brech dir die Beine du Arsch oh arg er will nicht sterben na gut ok ich hab Angst dass das auch explodiert ok ok es ist nicht explodiert kann ich Kerzen mitnehmen sehr schön ok da vorne ist er da oh also vielleicht mit viel Glück kriegen wir den eigentlich straight norden ok ich würde ihn sehr gerne haben diesen Loot first loot without loot ok warte wir trinken mal einen Schluck und vielleicht noch eine so ein Hamburgerbrötchen nochmal reinklopfen ok warte da vorne auf die Häuser und den Loot also jetzt hab ich aber ganz schön was zu tun hier noch ne ich find es sehr unangenehm dass bist du es bist du der Loot ist der so dicht hier gedroppt oder ist es wieder so eine Fake Kiste wuhu ha 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 ok babies Nicht ein zweites Mal mit mir. Entsichert. Aber das ist nicht die Kiste, die ich wollte, ne? Das ist nicht die Kiste, die ich wollte. Aber die muss hier irgendwo sein, in die Richtung. Bitte Loot, bitte Loot. Gleich auch ein bisschen hinter dem Berg noch. Ja, nix zu sehen, ne? Das ist natürlich auch das beste Biomische Kiste zu suchen. Grau auf Grau. Ob wir den Gaia mal Hilfe fragen? Hey Gaia, kannst du mir mal bitte sagen, wo die Kiste ist? Hier ist irgendwo so eine kleine Kiste runtergefallen. Ja, ich glaube... Oh! Die wollen mich doch ärgern hier. Ihr Schweine! Äh... Ihr Vögel! Zum Geier nochmal! Wo ist jetzt diese Kiste? Mann! Hahaha! Äh... Scheiße, ne, jetzt ist sie weg. Jetzt bin ich durcheinander. Warte... Natürlich keine Pille dabei. Ich weiß eigentlich alles full. Hm. Okay. Okay, okay. Ich geb's ja auf. Blut... Blut... Norbert. Blut Norbert. Irgendwo hier oben ist ein Blut Norbert. Okay. Daneben nicht. Dann gehen wir jetzt nochmal da runter auf die andere Stadt. Also wirklich. Ist sehr unangenehm. Mal die Schrotz in den Anschlag nehmen. Falls wieder was un... Unvernünftiges kommt. Ich find mich grad ein bisschen blutleer. Ich würd's in diesem Gebiet nicht wirklich rumballern. Scheust du nur die Vögel hier auf. Herauf. Oh ja. Da kann man sich auf jeden Fall ganz gut merken, diesen Weg. Was macht da eigentlich der Honig? Der macht ein bisschen Heal. Joe Walker. Diese Geier. Diese Brut. Unglaublich. Engel sehen anders aus. Okay. Da vorne kommt die Stadt. Aber ich glaube... Sie ist im... Schönen weißen Biom. Kiste war im Norden, ja. Etwas weiter im Norden. Aber ich will sie jetzt nicht suchen. Das ist ein Bike. Wäre das nicht hier sowas wie meine erste Hütte? Für die erste Nacht? Oh Mann ey. Die wollen mich trollen hier. Warte mal. Warte mal. Okay. Stell es mal dahin. Vielleicht erinnere ich mich dran, dass da was Böses war. Oh, herzlich willkommen. Gute Follower. Diesen Zaum muss ich auch nochmal ändern. Auf jeden Fall ist hier ein Revier des Bösen. Des Böösen. Hier gibt es mega viele geile Sachen und so. Ich habe mich gerade aber trotzdem beobachtet. Dem wächst ein Baum. Euch die Modehaube. Okay. Eine Pille. Okay. Die gönne ich mir jetzt mal. Ich muss mal unbedingt ein bisschen mein Life mal auffüllen. Hund, Katze, Maus. Nee. Alles gut. So. Eine der meistgenommene Base ist, glaube ich, diese Hütte, die wir vorhin gesehen haben. Mit diesen schon vorbereiteten Gittern. Ich würde aber viel lieber in einem schöneren Biom was haben. Also würde. Aber ob das so. Ich glaube. Ich glaube, da bin ich aber jetzt nicht wählerisch. Ich glaube, ich gebe trotzdem. Ich ziehe da ein. Wir haben ja hier Emergency und alles in der Nähe. Es ist allerdings wirklich keine schöne Gegend. Ein paar Minuten habe ich noch zum Suchen. Ich könnte jetzt noch mal gucken, ob es was anderes gibt. Ich fühle mich ein wenig verfolgt. Und ich muss mit der Pistole noch 14 Leute erschießen und ich habe noch 7 Schuss. Okay. Also ich muss unbedingt in die Stadt Sachen suchen. Und hier wird es auch schon wieder zu kalt. Sehe ich gerade. Miese Gegend. Schlechte Nachbarn. Ich glaube, ich gehe noch mal rüber in die Warmherzigkeit des grünen Bioms und suche dort einfach noch mal nach einer Hütte, weil in diese, in diese... Und werde da einfach noch mal suchen, nach einer schönen, geschmeidigen Hütte. Okay. Oh fuck. Oh fuck. Genau das. So, bam. Genau. Jetzt haben wir noch 10 übrig. Nur noch, nur noch 10. Nur noch 10 Schuss. Okay. You are wet. Okay. Ich glaube, die haben was dagegen gehabt, dass ich mit ihrem Freund spiele. Nichtsdestotrotz sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Ich gehe mal in das etwas wärmere Biom. Und ich werde hier eine Hütte suchen. Weil mir friert es gerade unten rum. Ich glaube, ich habe keine Hose an. Alles klar. Wir sehen uns. Ah, hier ist schön. Hase und Igel sagen sich gute Nacht. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020